Komplex und saugefährlich, weil so gut wie unsichtbar. So stufen die Experten von Symantec den neuen Supervirus ein, den sie gefunden und Region getauft haben. Die Hälfte der Region-Angriffe ging gegen Privatpersonen oder kleinere Firmen. Jeder vierte Angriff richtete sich gegen Telekommunikationsnetze. Offenbar besonders betroffen Russland und Saudi-Arabien. Einmal aktiv kann Region heimlich Screenshots machen, Passwörter abgreifen und sogar gelöschte Dateien wiederherstellen. Region ist so aufwendig programmiert, dass die Experten einen Geheimdienst im Hintergrund vermuten. Der Trojaner soll genauso gefährlich sein wie Stuxnet. 2010 wurde mit diesem Virus ein Atomkraftwerk im Iran gehackt. Die deutsche Behörde BSI prüft jetzt, wie sie in Sachen Region zur Aufklärung und zum Userschutz beitragen kann.